Willkommen bei der Dreiglin an der Glattalstraße in Rümlang-Lette. Wir sind in der Textilreinigung mit einem Spezialservice Hemdeservice. Unsere exklusive Dienstleistung für grosse Firmen ist unsere Annahmebox Verkleidereinigung. Die Mitarbeiter können ihre Kleider und ihre Hemden in unsere Box deponieren. Wir holen sie täglich ab und bringen sie in 58 Stunden wieder zurück. Gereinigt, gewaschen und gebügelt. Unser junges, dynamisches Team ist für Sie da. Weitere Infos finden Sie auf unserer Webseite.